Da ist ein kleines Haus. Da sind aber auch andere. Okay, ich sehe das Haus direkt unter mir. Aber seid ihr das? Ja, da bin ich. Bist du das? Weil der Feil über deinem Kopf ist weg. Ich hasse das, dass sie das... Guck mal, jetzt ist er gerade aufgeklappt. Okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich bin da! Das du nichts an hast, ne? Okay, könnt ihr das von Company mal kurz irgendwie speichern, weil... oder irgendwie mir aufschreiben oder so? Weil ich kann mir das nicht merken. Also jedenfalls kann ich das mir jetzt nicht merken. Kannst du mir eine AR gefunden? Oh, was? Ähm, willst du mal eine Pistole? Oder ich schluck sie dir mal. Ne, noch eine hast du? Ich habe eine Schrotze! Ähm, wer ist das denn? So, da liegt eine Pistole mit Munition. Ist das einer von uns? Hat der eine Feil über den Kopf? Nein! Echt nicht? Nein! Der hat keine Feil. Wo ist denn der? Oh, Eisbett umgebracht. Der noch. Ich habe ihn umgebracht! Ahaha! Oh mein Gott! Das Leben ist schön! Ahaha! Ich mache mich mal unter die Brücke. Ich hoffe, ich muss den Auto. Putz! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nachladen! Dankeschön! Oh mein Gott! Nachladen! Dankeschön! Was ist denn da los? Ich weiß auch nicht, Chaffee! Ich weiß auch nicht, Chaffee! Ich weiß jetzt auch nicht, ob es schon der nächste Safe Zone geht. Oh Gott! Es ist halt ein bisschen noch mehr in die Richtung, glaube ich. Oh, Shiro musste jetzt gerade auf meinen Arm rumlaufen. Hallo, Sake! Es ist ein bisschen kacke. Ich bin hier unten so ein bisschen ausgesetzt. Na, das hat mich nie im Leben. Wo sind sie denn alle? Oh, da vorne! Oh, Scheiße! Wir sind jetzt besser. Oh Gott! Hilfe! Wir sind alle verrückt! Scheiße, ey! Geh hier gleich drauf! Oh, Scheiße! Das Gas! Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Oh, Scheiße! Ich muss nach Norden! Ich bin im Gas gleich! Ja, ich bin sowieso gleich tot. Und ich... Scheiße! Oh Gott! Mir geht gerade die Düse! Ja, das Problem ist, ich muss jetzt erstmal gucken. Nee, ich muss noch weiter. Ich muss noch da. Scheiße! Ich muss halt immer dicht ran. Oh, Scheiße! Schüsse! Chuck! Ich bin tot! Scheiße! Und da blutet wenigstens! Ich habe ihn getroffen! Drei Leute gekillt! Party! Ich glaube, das war meine beste Runde bisher! Ey, ich bin immer eine dritte gewonnen! Ich habe zwar nicht gewonnen, aber... Meine... Meine... Äh... Mein Herz rast gerade ein bisschen. Oh mein Gott!